Derzeit legen wir einen Schwerpunkt auf Plug-in-Hybride, weil diese dem Kunden aktuell noch die beste Kombination aus emissionsfreiem Fahren und gewohnt hoher Reichweite bieten. Deshalb stellen wir mit dem GLC 350e jetzt bereits unser fünftes Plug-in-Hybrid-Modell vor. Damit haben wir nicht nur eines der umfangreichsten Hybrid-Angebote im Premium-Segment, sondern in der Summe auch den größten Absatz-Erfolg in diesem Markt. Untertitelung des ZDF, 2020